Hallo und herzlich willkommen. Hier ist der Hon, du bist in der Sommerpause angekommen vom Hon und der hat gesagt, er braucht jetzt mal ein bisschen Zeit für sich selbst, will mal relaxen, will sich mal ein Cocktail gönnen und macht sich einfach ein paar schöne Tage. Aber er hat vorgesorgt, er hat tolle Videos ausgesucht und hier ist eins davon. Ein schönes Sommerpause-Video. Gute Unterhaltung. Gute Unterhaltung. Gute Unterhaltung. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020